Musik Ich wollte, ich wäre häufiger allein und einsam. Alleine reisen ist für viele Frauen echt noch ein Problem, weil es gibt gar nicht so viele positive Bilder, wo Frauen alleine sind und für sich einfach wertvoll und selbstbewusst. Ich bin Gärnerler. Mir fehlen nur die Schäckkorten vom Zweiten. Musik Man hat, glaube ich, als junger Mensch dann schon oft die Angst, einfach Sachen zu verpassen, wenn man nur zu Hause alleine sitzt und die anderen leben dann so das Leben, vor allem jetzt auch mit Social Media. Musik Ich habe nicht jemanden gebraucht, den ich pflege. Mir ging es eher so um die emotionale Nähe. Er ist mehr Familie und das ist für mich eine unglaubliche Erfahrung, emotional auch. Musik Allein sein, das hat momentan keinen guten Ruf. Obwohl Begriffe wie Me-Time, also Zeit für sich selbst, in aller Munde sind, schlägt Einzelgängern oft Mitleid entgegen. Musik Wir treffen Jakob Simank in Berlin. Er ist Wissenschaftsjournalist bei der Wochenzeitung Die Zeit und forscht zum Thema Einsamkeit. Für ihn ist diese eine Emotion und weder Krankheit noch Epidemie. Musik Mir ist wichtig, in der Definition zu sagen, dass es ein Gefühl ist, nicht etwa eine Form von Störung, sondern ein Gefühl mit einer großen Ambivalenz. Ich beschreibe es immer als so ein Gefühl des auf sich selbst zurückgeworfen Seins. Und das ist deshalb ambivalent, weil das als schmerzhaft wahrgenommen werden kann, als etwas, wo eigentlich ein Mangel da ist. Es kann aber gleichzeitig auch als etwas wahrgenommen werden, was eine große Freiheit ist, weil man sich löst von Ansprüchen, die an einen gestellt werden, von Normen der Gesellschaft etc. Einsamkeit gilt als Volkskrankheit, als Seuche unserer Zeit. Studien besagen, sie sei so schädlich wie Rauchen und erhöhe das Risiko für Herzinfarkt, Bluthochdruck, Schlaganfall und Depressionen. Was diese Studien sich anschauen, ist dieser rein negativ empfundene, chronische Bereich der Einsamkeit. Wenn Menschen bei Jahren sagen, meine sozialen Kontakte reichen mir nicht, ich bin damit sehr unglücklich, dann hat das zur Folge, dass gewisse Krankheiten häufiger werden. Es gibt Leute, die sich das überhaupt nicht wünschen, viele soziale Kontakte zu haben. Es gibt viele Umstände in unserer Welt, die dafür sorgen können, dass mein soziales Netz gesprengt wird. Es gibt Menschen, die haben vielleicht neben ihrer Einsamkeit auch eine soziale Angststörung, trauen sich eigentlich gar nicht raus, das müsste dann vielleicht behandelt werden. Das ist einfach, glaube ich, wichtig, sich das klarzumachen, dass das tausend Gründe haben kann. Und wenn man in diesem Zustand ist, in dem das soziale Netz schwach ist oder in dem man sich chronisch einsam fühlt und da gerne raus möchte, dass man das dann halt auch am besten schafft, wenn man sich das erst mal eingesteht und dann irgendwie mit Menschen redet und ins Gespräch kommt und so weiter. Und letztlich setzen die auch da die vielen Initiativen an, die es gibt. Wichtig ist, dass das nicht gilt für Menschen, die gelegentlich einsam sind, weil die allermeisten Menschen sind gelegentlich einsam. Ich würde sogar sagen, es ist etwas total Menschliches und gehört zur Kondition Humana, einsam zu sein. Where are you? Das Trappistenkloster Stift Engelszell in Oberösterreich ist eines der letzten im deutschsprachigen Raum. Hier lebt Pater Christian, der die Einsamkeit bewusst gewählt hat. Der Mönch verbringt den Großteil des Tages in Stille auf der inneren Suche nach Gott. Die Regel des Heiligen Benedikt definiert die Rolle eines Mönches als den gottsuchenden Menschen. Und wenn man sich auf diese Aufgabe konzentrieren will, schaltet man zunächst einmal äußere Störquellen ab. Wenn Sie sich auf eine geistige Aufgabe konzentrieren wollen, schauen Sie nicht Fernsehen, hören Sie nicht Radio, sondern Sie schalten das alles ab, um äußere Stille herzustärken. Dann werden Sie sehen, im Inneren von uns gibt es ganz erhebliche Lernquellen. Und das wird ausgeschaltet durch unsere tägliche Übung der Stille, der Lektio Divina, der Meditation, um innerlich einen Ruhepol zu bilden. Und dann beginnt eigentlich erst dieser interessante Weg, an dem das Schweigen und das Alleinsein ihren Zweck erfüllen können. Nur noch fünf Mönche leben hier. Einst waren es über 70. Und es gibt noch eine Brauerei. Somit ist immer viel zu tun im selbstgewählten Rückzug. Ich wollte, ich wäre häufiger allein und einsam. Denn man darf nicht mit einer idealisierten Vorstellung an unseren Lebensstil herangehen. Ich hatte den Traum, den Traum, als ich hierher kam. Es wird alles viel ruhiger, es wird alles viel gelassener. Ich kann mich noch mehr um Gott kümmern. Das war dieses Traumbild. Ich habe noch nie so oft Stress erlebt wie in diesen Tagen, weil wir ein sehr großes Kloster bewohnen. Wir haben unsere gemeinsamen Mahlzeiten, unser Miteinander. Wir sind keine Eremiten von unserer Lebensform. Und dadurch bedingt gibt es auch bei uns Situationen, in denen wir uns wünschen, mal ein, zwei Stunden uns zurückziehen zu können von diesem Miteinander. Der Lockdown war für die Mönche kein großes Thema. Den habe ich gar nicht mitbekommen. Den haben wir verschlafen im Kloster, weil wir sind im Dauer-Lockdown. Die Menschen haben mir sehr leid getan, die gezwungenermaßen im Lockdown auf so viel verzichten mussten. Wir haben auf nichts in der Zeit verzichtet, weil wir gehen ja nicht aus oder in Theater oder in Restaurants oder wo auch immer. Wir haben natürlich unsere Einschränkungen im Gottesdienst erlebt, dass wir Maske tragen mussten, dass wir auch Social Distancing machen mussten. Aber da wir Fünfe sind, fiel uns das nicht schwer in der großen Kirche. Das hat eigentlich uns nicht sehr betroffen, diese Pandemie. Pater Christian hat einiges erlebt, bevor er Mönch wurde. Nach Jahren als Jurist entschloss er sich zur Priesterausbildung und war in der Deutschen Gemeinde in Washington als Pfarrer und Religionslehrer tätig. 2018 trat er den Trappisten bei. Meine Eltern hatten klare Vorstellungen, was mein gutes Leben sein sollte. Mein Vater hat mir angeboten, er würde mir helfen beim Hauskauf in Dresden. Du bist Jurist, du wirst also ganz schnell hochschießen. Ich hatte also schon klare Vorgaben, wie auch meine zukünftige Partnerin aussehen sollte. Und in der Zeit habe ich dann bei mir gedacht, ja, ich funktioniere ganz so, wie meine Eltern das wollen. Und habe dann aber auch irgendwann gespürt, dass mein Leben gelebt wird. Und ich habe dreimal einen Antrag gemacht und zweimal wurde Ja gesagt. Es steht 2 zu 1. Aber ich habe dann auch gespürt, das ist nicht mein Weg. Ich habe also, das mag jetzt erstaunlich klingen, ein enormes Freiheitsgefühl in mir verspürt. Ich glaube, ich wäre heute geschieden und wäre heute in der Hinsicht ein gebrochener Mensch. Das heißt nicht, dass ich beziehungsunfähig bin, sondern das heißt schlicht und ergreifend, dass die Ehe nicht mein Weg ist. Aber ich habe mich jetzt gebunden an meine Gemeinschaft. Und das ist für uns ja auf einer Ebene, diese Bindung auf Ewigkeit, die mit den ewigen Gelübden verbunden ist. Und ich vermisse da auch nichts. Dreimal war Pater Christian verlobt. Verliebt er sich heute nicht mehr? Nein, das passiert immer noch. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber für mich ist das natürlich jetzt ein ganz anderes Verlieben als ein pubertierender Teenager. Ich finde Menschen unheimlich attraktiv und muss sagen, dass ich da auch mich nicht schäme, dieses Gefühl der Liebe in mir zu verspüren. Ich lasse aber nicht die Erotik zu, die ich jetzt als 17-, 18-Jähriger suchen würde. Schön, Süß. Prost. Wunderbar. Schön machst du das. Ganz alleine ist er nicht, denn da gibt es ja auch noch Dante. Ja, er ist so ein bisschen mein Buddy. Er schläft bei mir in der Zelle und ist also sehr unterhaltsam, bringt mich immer zum Lachen, weil Klosterleben heißt nicht, dass wir trockene Leute sind, sondern wir haben durchaus auch unsere Lebensfreude. Und er hebt sie bei mir ganz ungemein hoch. Komm her, Dante. Komm her. Gib mir dann. Viele Menschen haben ja Vorurteile gegenüber dem Mönchtum, haben ganz bestimmte Klischeevorstellungen, wie wir leben. Ich denke, dass das, was uns wirklich glücklicher macht als viele, ist, dass wir viel weniger Druck erleben und uns auch keinen Druck machen. Dieses zunehmende individualisierte Verhalten, dieses zunehmende sich zurückziehen, dieses zunehmende mir ist mein Leben, meine Arbeit, meiner Familie ausreichend. Ich will gar nicht mehr. Das sehe ich als eine gefährliche Tendenz. Und das würde mich auch depressiv machen, wenn ich so leben würde. Ich glaube, wir sehen kulturgeschichtlich, dass die Einsamkeit negativer wird, so im 19. und 20. Jahrhundert. Wohingegen kulturgeschichtlich früher der Begriff der Einsamkeit eher auch was Religiöses hat, was was Sinnsuchendes. Klassisch sind die Propheten, die in die Wüste gehen. Oder Mohammed, der letztlich in der Höhle Dinge von Gott empfängt. Und das ist sehr stark religiös letztlich aufgeladen gewesen. Und das verändert sich mit dem Einzug der Moderne, dass der Mensch sich aus sozialen Konstruktionen, aus der Gemeinschaft herauslöst, das Individuum stärker an Bedeutung gewinnt. Dann kommt natürlich auch Einsamkeit ins Spiel. Und wir sehen, dass dann auch die Einsamkeit als etwas stärker Negatives wahrgenommen wird. Und an dem Punkt sind wir eigentlich, dass wir den Begriff der Einsamkeit fast schon synonym mit einem Problem, also dass wir Einsamkeit an sich für ein Problem halten und das halte ich für ein Problem. Kein Problem hat sie mit Einsamkeit. Sarah Diehl lebt und arbeitet in Berlin. Sie genießt zwar die Zeit mit ihrem Partner, doch sie sagt auch, dass die traditionelle Kleinfamilie vor allem Frauen vereinsamt hat. Eigene Kinder möchte sie nicht. Das war bei mir immer total klar. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich tatsächlich auch nie so sehr gedacht habe, ich muss jetzt mich entscheiden, ob ich Kinder haben will oder nicht, um eine bestimmte Form von Gemeinschaft zu gründen. Und deswegen würde ich auch nicht heiraten und auch keine Kinder bekommen. Ich würde auch nie ein gemeinsames Bankkonto mit meinem Partner haben oder auch nicht zusammenziehen wollen, weil ich wirklich Beziehungen auch unabhängiger von solchen Sachen leben möchte. Das ist halt meine Präferenz einfach so. Habe aber trotzdem nie daran gezweifelt, dass ich innige Beziehungen zu Kindern auch haben kann. Letzten Sommer ist sie alleine verreist. Ans Schwarze Meer mit dem Fahrrad. 2000 Kilometer auf dem Donauradweg. Angst hatte sie nie. Alleine reisen ist für viele Frauen echt noch ein Problem, weil ihnen immer suggeriert wird, wenn was passiert, bist du auch selbst dran schuld. Es ist alles irgendwie die feindselige Umgebung. Das ist erstens ja natürlich ein Witz, weil statistisch ja sogar erwiesen ist, dass wenn Frauen eher Gewalt angetan wird, dann ist es dort, wo angeblich Schutz von einem Mann ihnen gewährt wird, nämlich in der Familie. Also in Familien sind Frauen viel mehr Gewalt ausgesetzt, statistisch erwiesen, als wenn sie alleine reisen. Und solche Sachen wollte ich halt auch mal aufknacken, diese ganzen Klischees. Ein anderer Punkt, den ich auch sehr schön fand, dabei zu sehen ist, also ich sehe da interessanterweise auch Parallelen von Trampen und Pilgern. Und das fand ich halt auch so schön, weil Pilgern, da dachte ich halt auch immer, okay, das ist irgendwie so etwas Religiöses, das liegt mir nicht so nah. Aber dann habe ich irgendwann realisiert, Moment mal, Pilgern ist eigentlich eine sehr alte Kulturtechnik, in der was wunderschön Menschliches liegt, nämlich man macht sich alleine auf den Weg, um etwas zu erkunden, also entweder die Welt zu erkunden oder sich selbst zu erkunden. Einsam fühlte sie sich während ihrer Reise nie. Über das Alleinsein schrieb sie im Lockdown 2020 ein Buch, das sie als Ermutigung verstanden wissen will. Also ich war als Teenager total einsam, es war wirklich die reine Hölle. Ich habe, glaube ich, wirklich fünf Jahre allein in meinem Zimmer gesessen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich auch, mich ein bisschen dagegen wehre, die Einsamkeit immer als so eine Katastrophe darzustellen, die man unbedingt vermeiden muss, weil ich glaube, das ist ein Raum, auch wenn er nicht immer von Anfang an selbst gewählt ist, wo man unglaublich viel lernt und unglaublich viel Wichtiges lernt für sich selber, auch sich mit sich selbst komplett zu fühlen. Selbst in der Partnerschaft möchte ich nicht alles von meinem Partner abhängig machen, wie es mir geht, sondern ich muss einfach auch klar dafür einstehen, was mir gut tut. Ich finde also Kommunikation in der Partnerschaft und wirklich ehrliche Kommunikation, wo man sich nicht schämt, seine Bedürfnisse zu äußern, wahnsinnig wichtig. Und es ist für mich ein totales Plus von Beziehungen, wie man die gut machen kann. Gleichzeitig aber eben auch, dass man es auch schafft, bei sich zu bleiben und alleine zu sein und nicht so sehr so eine Identitätssuche in der Partnerschaft hat. Dass man halt wirklich weiß, also ich bin ich, ich bin mir genug, ich bin komplett mit mir und nicht einen Wert oder eine Identität in der Partnerschaft sucht. Alleinsein ist für Sarah Diehl keine Opposition zur Gemeinschaft, sondern ein Ort, wo man lernt, wie man gut zu sich und letztlich auch gut zu anderen sein kann. Wenn man größere Gemeinschaften hat, die sich gegenseitig unterstützen, die solidarisch füreinander da sind, dann hat man auch mehr Räume zum Alleinsein. Dann hat man auch mehr Räume, wo man eben, also Zeit und Raum, wo man Freiraum für sich selber hat. Also ich muss halt auch immer so ein bisschen lachen, wenn man sagt, ja Familie ist irgendwie so der Garant gegen Einsamkeit, weil tatsächlich war das für Frauen jahrhundertelang der Ort, wo sie isoliert waren, wo sie vereinsamt sind, weil sie nicht in die Öffentlichkeit raus durften oder weil sie eben so sehr sich um Kinder kümmern mussten und um häusliche Sachen kümmern mussten, dass sie halt kaum Raum hatten, irgendwie sich mit dem Außen zu verbinden. Also Familie ist ein Hort der Vereinsamung für Frauen, für Mütter vor allem. Ich muss da ehrlich gesagt immer so ein bisschen schmunzeln, wenn Leute sagen, ja, aber wenn du keine Kinder bekommst, bist du doch alleine im Alter. Ich würde eher sagen, dass Leute, die kinderlos gelebt haben oder leben, die wissen, wie man sich Freundeskreise schafft. Das haben die ja nie verlernt. Also ich weiß, wie ich gute Freundeskreise schaffe und ich wüsste nicht, warum mir das im Alter nicht gelingen sollte. Und deswegen habe ich eigentlich ja überhaupt keine Angst davor, im Alter alleine zu sein. Viele assoziieren Einsamkeit vor allem mit dem Alter. Das macht nicht nur Angst, sondern fördert negative, stereotype Altersbilder. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Seniorinnen und Senioren resilienter auf die Lockdowns reagierten und mit dem Mythos aufgeräumt, dass Einsamkeit nur ein Problem für diese Generation ist. Das Gegenteil ist der Fall. Ältere Menschen haben sehr viel weniger unter der Isolation, die ja letztlich verordnet war, gelitten, als jüngere Menschen, die doch auch sehr auf diesen persönlichen Kontakt bauen und denen das wahnsinnig wichtig ist. Das sind ja auch ein Stück weit vorübergehende Dinge. Und wenn wir uns so Einsamkeit als gesellschaftliches Problem, in Anführungsstrichen, anschauen wollen, dann geht es ja eher um die langfristigen Tendenzen. Also einsam habe ich mich nicht gefühlt und ich war mit Corona allein und ohne Corona allein. Also das war etwas, was mir egal ist. Was mir angegangen ist, ist das Pachen in der Vollpension. Ich kannte die Vollpension vorher nicht. Und auf die Zeitungsannonce habe ich mich beworben, weil ich gern packe. Und bevor ich noch das in Angriff genommen habe, haben mich mindestens zehn Leute aus meinem Bekanntenkreis angerufen und gesagt, sie haben das Richtige für mich, ich soll mich dort bewerben, weil ich packe ja so gern. Und meine Familie hat sich sehr verkleinert. Es ist zu Hause niemand mehr. Und so kann ich da, habe mir gedacht, ja das probiere ich. Hier werden Buchteln gemacht. Eine österreichische Mehlspeise. Lucia Hahn ist in Pension und arbeitet geringfügig in der Vollpension. Einem Wiener Generationencafé, das als Projekt gegen Altersarmut und Einsamkeit gegründet wurde. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich einsam bin ohne Vollpension, weil einsam fühle ich mich nicht. Aber die sozialen Kontakte, wenn die weg sind, das fehlt. Ich könnte sagen, man verblödet alle daheim. Und das fällt mit so Projekten, mit der Vollpension natürlich weg, weil man muss sich konzentrieren aufs Pachen und man muss sich konzentrieren auf seine Arbeit. Dann hat man Unterhaltung, einen Spaß, weil es ist nicht nur ernst. Wir haben Späße auch, wir feiern miteinander und unterhalten und das ist schon sehr wichtig, weil sonst sitze ich wahrscheinlich mehr alleine zu Hause. Und so bin ich halt zweimal in der Woche da. Ich finde, das ist wichtig. Alleine war sie früher selten. Zuerst habe ich Freunde gehabt, dann habe ich geheiratet, dann habe ich meinen Sohn gehabt. Also ich war eigentlich nie allein. Erst, weil er dann größer geworden ist, weil ich bei meiner Sonnet-Wohnung und er hat unten gewohnt und hier oben sozusagen. Und wir haben uns nur zum Essen gesehen. Wie so eine WG und dann ist er ausgezogen. Und da wäre lustige Wette abgeschlossen. Meine damalige Schwägerin hat gesagt, na, ich sehe das schon. Mit dem Putzwandel und mit dem Essen zum Buben fahren und kochen und zusammenräumen. Da habe ich gesagt, na, da ist er. Ich rühre keinen Handgriff. Nein, du wirst weh. Ich sage, nein, das mache ich nicht. Wenn der auszieht, ist er ausgezogen. Wir werden immer älter. Und so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man im Laufe seines Lebens einen Teil des Weges ohne Partner oder Partnerin geht. Viele Frauen genießen diesen Lebensabschnitt auch. Das habe ich mir verdient, weil ich habe ja eh meinen Obolus geleistet. Und jetzt lebe ich, wie es mir gefällt und gefreut. Und ich kann machen, was ich will. Und wenn niemand bei mir wohnt, kann mir keiner sagen, was gehackst heute. Wenn du mir das Hemd bügeln, meine Lieblingssocken sind auch nicht da. Das habe ich alles nicht. Wenn du wieder Staub wischst, dann wischst du Staub, wenn ich kein Strickprojekt habe. Mir ist das vollkommen egal. Und das ist das Schöne am Alleinsein. Jetzt kommt sie weg. Seit Generationen haben Solo-Männer Rollenvorbilder wie den Fidelen Junggesellen oder Playboy. Bei Frauen sieht das schon anders aus. Stichwort alte Jungfer oder Crazy Cat Lady. Für Männer gibt es sehr viel mehr Vorbilder alleine zusammen. Das halt zu idealisieren, aufzuwerten. Sich nicht so defizitär zu fühlen. Ich finde, das hat aber auch eine Kehrtwende. Also das hat auch eine negative Seite. Weil diese Ideale, die da Männern vorgelebt werden, bringen Männer ja auch dazu. Dass sie weniger auch einfach sagen können, hey, ich bin alleine, ich brauche Freunde. Nach Hilfe suchen zum Beispiel. Also das sind alles Probleme, die sind real. Aber die werden weniger behandelt oder weniger besprochen in der Gesellschaft, als dieses Schreckgespenst dieser einsamen Frau. Eine Frau macht sich alles selber. Die kocht, die weiß, die. Ein Mann ist da vielleicht von der Vorgängerin verwöhnt worden, sagen wir es einmal so. Dann fühlt sich der einsamer. Einsamer fühlen sie auch die, die was zum Beispiel lang in einer intakten Ehe oder Lebensgemeinschaft gelebt haben, wo dann ein Partner weggestirbt oder Scheidung oder irgendwas. Die fühlen sich einsamer. In den letzten Jahren zeigte sich in Industrienationen ein sprunghafter Anstieg des Scheidungsalters. Bekannt ist das Phänomen als Grey Divorce. Während Männer nach Trennungen vermehrt unter Einsamkeit leiden, blühen viele Frauen auf und gehen laut Statistik seltener eine neue Partnerschaft ein. Also einziehen darf niemand mehr bei mir, nur meine Enkelkinder, aber kein Mann. Nur ambulant und nicht stationär. Das ist ausgeschlossen, weil ich brauche meinen Platz bei mir allein. Und ich würde allein schlafen, ohne dass ich Geräusche daneben habe. Ich bin gerne allein. Mir fehlen nur die Scheckkorten vom Zweiten. Also finanziell ist zu zweit sicher besser, weil die Wohnung kostet das selbe, ob einer drin wohnt oder zwei. Das ist das Manko. Aber dafür will ich jetzt die Vollpensierung. Denn alleine leben ist auch eine Geldfrage. In Cafés muss man konsumieren, um in Gesellschaft zu sein. Öffentliche, konsumfreie Orte und Initiativen, wo sich Menschen treffen können, ohne Geld auszugeben, werden von der Politik systematisch abgeschafft. Wie in Großbritannien. Unter großem medialen Echo wurde dort 2018 von Theresa May das Ministerium für Einsamkeit initiiert. Für viele aber ist es Symbolpolitik. Denn damit bekämpft die Regierung ein Problem, das sie erst selbst durch rigorose Sparmaßnahmen bei Sozialorganisationen und Nachbarschaftsinitiativen geschaffen hat. Viel hat sich in den letzten Jahren nicht getan. Das ist kein Ministerium, sondern das ist einfach eine Zusatzaufgabe, die einer Staatssekretärin für Zivilgesellschaft und Sport gegeben wurde. Und man muss natürlich, glaube ich, fragen, wie viel das gebracht hat. Weil wir sehen zum Beispiel, dass binnen dieser vier Jahre, über die wir jetzt sprechen, schon die dritte Person diesen Posten besetzt. Also personell ist da nicht besonders viel Kontinuität. Da ist auch nicht besonders viel Etat da. Wir sehen aber, dass natürlich viele der strukturellen Ursachen, die soziale Netze auch kaputt gemacht haben. Also das Sparen im Bereich von Sozialleistungen für öffentlichen Nahverkehr, der ja Menschen irgendwie auch ganz physisch verbindet, das Sparen an Kriseninterventionen und so weiter, ganz sicher einen Einfluss gehabt haben wird auf soziale Isolation. Die Frage ist, kann ich jetzt mit so einem kleinen Programm das letztlich wieder gut machen oder ist es im Grunde genommen auch ein bisschen ein Kaschieren einer konservativen Politik, die halt schon den Staat nicht in der Rolle sieht, das soziale Netz der Menschen zu stärken. Initiativen wie etwa das österreichische Plauderbankerl oder die Telefonhotline Plaudernetz die Vereinsamung bekämpfen können. Denn regelmäßige soziale Kontakte wirken präventiv gegen soziale Isolation und somit gegen eine der Hauptursachen für Einsamkeit. Die Geschichte ist so, dass ich war im Jahr 2019, ich war krank, ich war in dieser Wohnung, meine Wohnung und ich habe gedacht, muss ich etwas machen, ich kann nicht die ganze Zeit hier sitzen, alleine. Und die ersten Nachrichten mit Covid sind gekommen aus China. Die haben gesagt, bitte passen Sie auf, nicht draußen gehen und so weiter. Und dann habe ich angefangen zu anrufen, Vereine, das helfen alte Menschen, alleine. War eine Frau da und sagte, ja, wir müssen jemanden finden für Sie, ist nicht so einfach im Moment. Plötzlich habe ich einen Anruf bekommen und war Ates. Berlin. Hier haben sich Jorge Hönig und Ates Bükey über den Verein Freunde alter Menschen kennengelernt. Meine Großmutter war auch so lange alleine, bevor sie starb. Und mir war die Idee sympathisch. Und dann haben die gesagt, du darfst dich auch so ein bisschen austesten, ein paar Leute beschnuppern. Und ich fand Jorge aber sofort super. Also ich habe keinen zweiten gebraucht. Ja, hat gleich gepasst. Ich habe es auf jeden Fall immer Partnerschaft genannt, weil ich habe nicht jemanden gebraucht, den ich pflege oder so. Mir ging es eher so um die emotionale Nähe und auch darum, dass jemand nicht zu viel Selbstmitleid hat, ein bisschen nach vorne schauen kann, also auch was Konstruktives hat. Und das habe ich bei Jorge gleich gefunden. Das war vielleicht meine einzige Sorge, dass die Person zu bedürftig ist und dass wir dann nicht wirklich Freunde sind, sondern ich ein Helfender bin. Ich bin schon Sozialarbeiter. Ich will nicht in meiner Freizeit helfen. Ich will einfach Freizeit haben. Ja, wir haben Herausforderungen, aber so ist das nun mal. Also andere Dinge sind an mir herausfordernd. Und deshalb irgendwie bin ich total glücklich darüber. Und für mich fühlt sich das trotzdem leicht an, selbst wenn diese Wohnung so eng ist, selbst wenn heures Leben nicht immer schön ist, meins ist es auch nicht, fühlt sich diese Freundschaft total leicht und natürlich und organisch an. Aufgrund seiner Krankheit ist der gebürtige Argentinier viel daheim und auf eine Pflegekraft angewiesen. Gibt es auch eine Differenz zwischen einer Person mit 40 Jahren alt, mit seiner Beschäftigung, mit seiner Arbeit und so weiter und einem Rentner? Das Zuhause ist fast die ganze Zeit auch wegen Krankheit. Es ist super schwierig, dieser Kontakt. Weil es sind zwei Welten im Grunde genommen, total verschiedene. Für mich hat es ein bisschen die Person, die für mich lebt draußen von der Wohnung. Und wenn man zu mir kommt, bringt mir alles, was ich nicht erleben kann, selber. Und das ist für mich eine unglaubliche Erfahrung, emotional auch. Und von der anderen Seite ist eine Person, wo ich mich unterhalten kann, über Themen, die nicht gerade, was ich brauche als Pflegefall. Das heißt, wo lasse ich das, was mache ich da, wieso muss ich da gehen, wann ist mein Arzttermin und so weiter. Er hat mich begleitet, auch zum Arzt. Aber es ist eine andere Art von Begleitung. Guck mal, da wo es drunter geht, steht auch schon das Wasser zum Beispiel. Wenn wir jetzt zum Bus wollten, müssen wir ja wirklich da durch. Er ist mehr Familie, ich sage immer, als der Kälte, Pflegedienst. Das kommt, meldet sich, macht, was er muss machen und dann verschwindet auch. Es gibt eine Art Fließbahnmentalität. Die Leute werden fertig gemacht, ohne anpassen, mit ihnen zu sprechen, einen Moment oder zu fragen, was haben sie für Probleme, was haben sie für Bedürfnisse. Niemand fragt, das heißt, wir machen diese wie in Fließbahn und das war's. Und das ist super, super schwer. Besonderes für die Leute, das brauchen gerade das andere, die Wärme, die Achtung. Und diese emotionale Kälte, von der Hore spricht, oder die fehlende Wärme, ist ein Resultat dessen, dass die Menschen versuchen, sich zu schützen, die in diesem Bereich arbeiten. Sie können einfach nicht ihm nahe sein. Als er Covid hatte und ich ihm Obst gebracht habe, stand hier diese Person in voller Montur. Wir sind alle geimpft, die meisten Genesen. Sie wollte mir das Obst einfach abnehmen. Und dann habe ich gesagt, ich würde ihn total gern einfach nur mal sehen. Und dann stand ich in der Tür, er saß hier in Unterhose. Und irgendwie hat mich dieses Bild total berührt. Und dann musste ich wieder gehen. Ja, es ging mir sehr nah. Kontakt halten, nicht vereinsamen. Dabei helfen Jorge Hönig auch Internet und soziale Medien. Kost seit dann habe ich die Fantasie und die Möglichkeit zu fliehen, irgendwo in andere Welten, in meiner Imagination. Weil du könntest mich retten von der Einsamkeit. Das war eine wichtige Komponente. Wenn ich nicht Atesch gehabt habe, so ein ganzes Jahr war ich hier alleine und hatte Atesch nicht, und da habe ich gedacht, ja, wie kann ich da rauskommen? Wie kann ich? Und die einzige Chance war die Fantasie. Die Fantasie, das für mich bedeutet auch, die einzige Möglichkeit als Kontakt war die Tablet, war dieses Material, das ich könnte durchs Internet gucken, alte Filme. Zum Thema Einsamkeit liegen derzeit vor allem Forschungsarbeiten für ältere Menschen vor. Auch wenn sich jeder Mensch von Zeit zu Zeit einsam fühlen kann, scheinen bestimmte Bevölkerungsgruppen häufiger betroffen zu sein. Ich habe mich total oft im Leben schon einsam gefühlt. Als Jugendlicher habe ich mich in meiner queeren Identität sehr oft einsam gefühlt. Ich habe mich oft mit meiner komplexen Identität, meine Eltern sind unterschiedlicher Herkunft, meine Großeltern hatten unterschiedliche Konfessionen. Niemand hat so richtig verstanden, wie ich aufgewachsen bin. Doch ich habe mich schon sehr oft einsam gefühlt. In der Pandemie wiederum habe ich mich sehr zweisam gefühlt. Ich bin verheiratet, ich habe einen Mann, und wir waren aber sehr oft einfach alleine zu Hause miteinander, wofür ich sehr dankbar bin und war. Aber ich kann auch zu zweit einsam werden. Ich brauche das Gespiegeltwerden durch andere Menschen. Ich möchte andere Geschichten hören. Ich möchte auf neue Gedanken kommen. Ich möchte Freunde treffen. Das ist total wichtig. Ich kann nicht immer nur aus mir schöpfen. Ja, es ist ein Geben und Nehmen auf jeden Fall. Guck mal, meine Enkelkinder. Wow! Warte, das ist voll schnell. Entgegen populären Annahmen ist die Zahl der einsamen Menschen in Industrienationen in den letzten Jahren nicht gestiegen. Oft wird auch nichts zwischen Einsamkeit und sozialer Isolation unterschieden. Die soziale Isolation ist objektiv messbar. Ich kann Leute fragen, wie viele enge Freunde haben sie, die sie sich wenden können, wenn etwas Schlimmes passiert. Wie oft kriegen sie Besuch? Die Einsamkeit ist eine rein emotionale Geschichte. Also wir fragen bei der Einsamkeit wirklich, gibt es einen empfundenen Mangel an sozialen Verbindungen? Da messen wir aber gar nicht, inwieweit sind Menschen in sozialen Netze eingebettet. Es kann halt auch sein, dass jemand sich als einsam empfindet, der viele soziale Kontakte hat. Es kann genauso gut sein, dass jemand mit wenig sozialen Kontakten sich nicht einsam fühlt. Einsamkeit und soziale Isolation sind zwar miteinander verwandt und es gibt auch eine Korrelation statistisch, aber die ist gar nicht so besonders hoch. Es gibt viele Leute, die einsam sind, aber nicht sozial isoliert und andersrum. Das muss man, glaube ich, auseinanderhalten, wenn man über diese Begriffe letztlich spricht. Und der Fokus liegt bei uns sehr stark auf der Einsamkeit gegenwärtig und nicht auf der sozialen Isolation. Früher war der ehemalige Journalist viel unterwegs. Das geht nun nicht mehr. Früher ist man immer größer, die Angst, verloren zu gehen. Und diese Angst, manchmal herrscht total, das ganze Leben. Und besonders ist, weil man kann nicht mehr alleine die Sachen schaffen, sondern man braucht immer Hilfe. Wir wollen nicht so viel über den Tod sprechen oder auch nicht rufen. Immer rufen, rufen, denn Tod ist nicht gut. Deswegen lassen wir, wo Tanathos ist, schlafen weiter und lassen auf uns Eros kommen. Erotismus ist auch ein Thema in der Einsamkeit und der Altersdasein. Ich habe Nudelsalat dabei. Ja, genau, ich weiß, ich weiß, du hast ein bisschen Erotismus mitgebracht. Befragungen bestätigen auch, dass Personen, die zwischen zwei Kulturen stehen, sich öfter von der Gesellschaft ausgeschlossen und isolierter fühlen. Wir sehen, dass Menschen mit dem Migrationshintergrund stärkeres Einsamkeitsempfinden haben und das auch im Bereich der Corona-Lockdowns ein Problem war. Wir sehen, dass Menschen mit niedrigem Einkommen im Alter eher einsam und sozial isoliert sind. Und es gibt diese Effekte einzelner Gruppen. Und ich glaube, eine gute Strategie, wenn wir uns soziale Situationen anschauen, ist halt auch sehr klar, sich anzuschauen, welche Gruppen sind das und wie kann man die gezielt angehen. Also wie kann man gezielt Programme etc. entwickeln, um die einzelnen einsamen Gruppen zu adressieren. Ich merke so richtig, wo ich mir wirklich schwer tue, wo ich nicht weiß, okay, wer bin ich jetzt, wo soll ich hin, ist, wenn es um das Thema Dating geht. Ich bin Feministin, ich bin für Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Männer gleich wie Frauen. Nur wenn ich dann mit einem Österreicher auf einem Date bin und er sagt Rechnung getrennt, boah, Alter, war schon frech, oder? Und man denkt, bei uns am Balkan ist das aber anders, weißt du? Ich habe eine Lösung für dieses Problem gefunden, du datest einfach zwei Typen. So der eine respektiert die, der andere zahlt die Drinks, so ist egal. Ina Jovanovic kommt aus Kärnten, lebt in Wien und ist Single. Auf TikTok und auf der Bühne witzelt sie über ihre Dating-Erfahrungen und darüber, wie es ist, als Person mit serbischen Wurzeln in Österreich zu leben. Für die Leute in meiner Klasse, die auch eben Balkan Wurzeln haben, für die war ich nicht Balkan genug. Ich habe ja keine Balkanmusik gehört und bei den Österreichern, da habe ich versucht, mehr mit denen befreundet zu sein. Aber es waren dann einfach oft Situationen, wo meine Freunde, meine österreichischen Freunde nicht verstanden haben, okay, warum darf sie das jetzt nicht oder warum macht sie das jetzt anders, weil ich ja doch in einer anderen Kultur aufgewachsen bin. Und da habe ich dann oft schon gemerkt, okay, da passe ich jetzt auch nicht ganz so rein. Frau Jovanovic, es steht in Ihrem Lebenslauf, dass Sie fließend in Serbo-Koatisch sind. Ja genau, ich bin zwar hier geboren, aber meine Eltern sind vom Balkan. Na gut, dann würde ich das gerne testen. Was sagen Sie für die heutigen Ekonomische Krise? Okay, okay, es gibt nichts Probleme. Also, es ist alles verabschiedet. Und die Leute haben nicht viel Geld. Also, es ist alles verabschiedet. Das habe ich heute noch immer, jetzt mit fast 30, noch immer so, wo gehöre ich hin? Ich passe irgendwie nirgends richtig so hinein. Ich sage es euch ganz ehrlich, als Kind und Jugendliche, ich habe es einfach so gehasst, Jugo zu sein. Ich habe immer versucht, den Jugo in mir zu verstecken, zu unterdrücken, weil ich einfach gemerkt habe, die Österreicher, die mögen uns nicht. Es war einfach so schlimm für mich. Ich habe immer versucht, die brave Liebe Österreicherin zu sein. Mir war es immer voll peinlich, dass, wenn meine Mama mit mir selber kroatisch in der Öffentlichkeit geredet hat, ich bin dann immer voll nervös geworden. Ich habe gesagt, Mama, bitte rede Deutsch, die Österreicher hören die. Ich habe einen Unterschied gemacht, wenn sie mit ihrem Jugo-Deutsch irgendwas gesagt hätte. Auch in ihrem Leben ist nicht immer alles zum Lachen. Denn eines ist virulent, Einsamkeit ist bei jungen Menschen im Steigen. Also manchmal hat man, glaube ich, das Gefühl, dass irgendwas falsch ist mit einem selbst, weil man immer sieht, wie alle anderen so happy sind und die haben so viele Freunde und sagen halt selber nicht, dass sie lost sind. Vielleicht sind sie es ja auch, aber keiner will darüber reden. Aber man gibt sich dann oft selbst die Schuld oder man fragt sich, was kann ich besser machen oder anders machen? Warum bin ich so? Oft einmal ist man auch dann einfach traurig. Wütend bin ich persönlich jetzt nicht. Naja, manchmal schon auch wütend. Ja, schon. Warum genau ich? Und was ist wieder mit mir falsch? Der Beginn einer Ausbildung ist ein großer Einschnitt. Ein neues soziales Umfeld, Wohnortwechsel, finanzielle Selbstständigkeit. Diese Phase des Umbruchs geht bei vielen mit Einsamkeitserfahrungen einher. Auch bei Ina Jovanovic. Ich habe wirklich gedacht, so jetzt geht es los. Weg aus der Kleinstadt. Jetzt ist Party. Der Time of my life passiert jetzt. Aber es war genau das Gegenteil. Also es war extremst schwer am Anfang, Freunde zu finden in Wien. Ich war extremst oft daheim in Kärnten, weil ich eben nicht am Wochenende alleine daheim sitzen wollte, wenn ich Freunde in Kärnten habe. Und es war dann mühsam und schwer und auch sehr einsam dann am Anfang. Ich glaube, dass es für viele Menschen ein größeres Problem ist, dass sie den Eindruck haben, eigentlich immer alles machen zu müssen. Spichwort FOMO, Fear of Missing Out. Also die Idee, dass immer irgendwie was ist, an dem man teilnehmen kann und man sich eigentlich sozusagen unter Druck sieht, nicht allein zu sein. Und dann dementsprechend auch keine Einsamkeit empfinden kann, weil man eigentlich die ganze Zeit irgendwie eingespannt ist in sozialen Interaktionen. Und wenn man sich Statistiken anschaut, dann sieht man auch, dass ein Großteil der Deutschen sagt, ich wäre gerne eigentlich mehr allein. Ich hätte gerne mehr Zeit für mich selber. Und das konstant in den vergangenen letzten Jahren. Also haben wir mindestens das Problem der Einsamkeit neben dem Problem des fehlenden mit sich Selbstseins und Einsamseins sozusagen. Ja, Fear of Missing Out. Boah, die hatte ich. Ganz schlimm. Man hat, glaube ich, als junger Mensch dann schon oft die Angst, einfach Sachen zu verpassen, wenn man nur zu Hause alleine sitzt. Und die anderen leben dann so das Leben, vor allem jetzt auch mit Social Media. Da sieht man ja dann noch mehr, wie cool das Leben der anderen ist. Und du selbst hast halt nicht das Geld oder nicht diese coolen Freunde oder die Möglichkeit. Und dann macht man halt einfach das, was man kann. Und eben da ist man halt viel unterwegs. Nicht, weil man unbedingt gerade möchte oder was, sondern einfach eben, ich habe Angst, was zu verpassen. Die sind jetzt auf dieser coolen Party und ich war da nicht dabei. Und nächstes Mal, wenn wir uns sehen, reden die, wie cool es war. Und das war bei mir Anfang, Mitte 20 auch ganz, ganz schlimm. Überall dabei. Hauptsache nicht zu Hause alleine irgendwas verpassen. Mittlerweile geniesst sie die Zeit allein zu Hause. Als Mitglied der Generation Millennial weiss sie, warum gerade junge Menschen sich oft einsam fühlen und gleichzeitig ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie das Kuschelsofa dem Club vorziehen. Ich schaue mir so gerne diese Self-Care-Videos an auf TikTok, weil ich immer denke, dann suche ich immer ein bisschen Inspiration, was ich da machen könnte. Und dann schaue ich mir das immer so gerne an mit ihren ganzen Face-Masks. Dann gehen sie in der Früh auf ihren Morning-Walk und ins Gym. Und dann trinken sie immer ihre Green Smoothies. Die schauen mir das an, während die dann eben Chips frisst. Ich mache das gerne. Es ist so schwierig für mich, mich zu überwinden, das Haus zu verlassen. Meine Freunde haben sich dann angefangen, Zürgen zu machen, weil ich der einzige Single bin in meiner Runde. Und dann haben sie auch zu mir gesagt, Inna, du musst mehr aus dem Haus gehen, sonst wärst du noch depressiv. Dann habe ich gesagt, ich werde nicht depressiv, ich habe genug Duftkerzen daheim. Also wie viele Duftkerzen muss ich mir bitte noch kaufen, damit meine Depression endlich verschwindet. Während Partnerlosen gesellschaftlich oft Mitleid und sogenanntes Single-Shaming entgegenschlägt, boomen in sozialen Medien Inszenierungen von jungen Frauen, die ihr Solo-Sein perfekt im Griff zu haben scheinen. Denn selbst das Single-Leben kann inszeniert, kapitalisiert und optimiert werden. Es kann ja auch sehr schön sein, mal alleine zu sein und seine Ruhe zu haben. Aber ich glaube, dass das dann sehr gefährlich ist, wenn man sich dann nicht so gut fühlt, wie es dargestellt wird. Es wird ja immer so dargestellt, als wären die Frauen, die alleine sind, immer so happy und es ist alles so schön und so perfekt und romantisch zu Hause. Und wenn es dann für einen selber nicht so ist und man sieht dann solche Videos, ich glaube, das ist dann schon sehr belastend. Und dann denkt man sich, was ist jetzt mit mir falsch dann? Irgendwas mache ich falsch? Zu, muss ich teurere Duftkerzen kaufen? Von den über 1,5 Millionen Ein-Personen-Haushalten in Österreich sind fast 55 Prozent von Frauen bewohnt. Und die Zahl steigt rasant. Ich kaufe mir auch zum Beispiel selbst Blumen, weil ich es schön finde, die in meiner Wohnung zu haben. Also rein dekomäßig. Sowas finde ich dann in gewisser Hinsicht auch gut, dass man nicht wartet auf jemanden, der mir dann Geschenke macht. Oder ich hätte gerne einen Freund, der mir das kauft oder Blumen schenkt. Sondern du kaufst dir das einfach selbst dann, wenn du es haben willst. Also sowas finde ich auch schön. Und auch das mit dem Essen gehen. Wenn du jetzt gerade niemanden hast, der mit der Zeit hat oder der mit dir gehen möchte, dann gehst du halt einfach allein. Das habe ich am Anfang oft gemacht, wo ich frisch nach Wien gezogen bin. Ich hatte da so viele Restaurants, ich habe da so viele gefunden. Und niemanden, der mit mir hingehen wollte. Und ich wollte einfach nicht warten, bis ich da Freunde finde, die mich quasi da retten aus meiner Einsamkeit. Und bin dann einfach selbst in diese Restaurants gegangen und habe dann halt was alleine gegessen dort. Das heißt, voll ihr Datingtipps für mich habt, ihr findet mich an der Bar mit einem Bier. Dankeschön, danke. Ich glaube trotzdem, dass wir als Gesellschaft im Grunde genommen einen besseren Umgang mit Einsamkeit anstreben sollten, einsamkeitsfähiger werden sollten. Und das macht man zum Beispiel, indem man die Einsamkeit mal ein Stück weit erträgt und nicht immer jede Lücke füllt. Mit der Test habe ich das große Glück, dass wir uns verstehen von Anfang an. Wir haben recht, uns zu gucken und wir haben total klar, was wir wollen oder was wir denken. Und das ist super, super wichtig. Das ist super, super wichtig. Für mich ist unsere Freundschaft auch ein bisschen wie ein Blick in die Zukunft. Dass ich mir ausmale, so könnte ich in der Zukunft auch leben und was möchte ich tun, um damit dann umgehen zu können. Also mich empowert das auch, dieses Gefühl. Wenn man Einsamkeit wirklich als einen Handlungsspielraum sieht, wo unglaublich produktive Sachen passieren, weil man sich eben abgrenzt von Erwartungshaltungen vom Außen, die negativ einfach sind, von einzelnen Menschen oder generell von dieser ganzen Konkurrenz, Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaften, um eben eigenen Bedürfnissen, die als wertvoll zu betrachten und wirklich denen nachzugehen, den Raum zu geben, dass man sich da wirklich mal so einer ungestörten Selbstwahrnehmung hingeben kann. Also ich hatte das Gefühl, dass genau im Lockdown ich dann so diesen nächsten Schritt gemacht habe, okay, jetzt wirst du endlich erwachsen und habe mich dann auch mehr zurückgezogen von diesem Partyleben. Ich meine, wir konnten ja auch nicht feiern gehen, aber dann, wo dann die Clubs wieder offen hatten, ich hatte gar nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie feiern zu gehen. Und jetzt hat sich das genau geändert. Also ich merke auch, dass man nichts verpasst, wenn man mal einen Abend zu Hause bleibt. Alles in allem ist es eine sehr ursprüngliche, natürliche Lebensform, die man erst mal eine Zeit lang einüben muss. Wer sie aber für sich entdeckt hat, hat gute Chancen, ein glücklicher Mensch zu werden. Und das ist das, was ich auch suche. Alleinstehend bin ich 40 Jahre, Alleinerzieher. Das war schon allein geldmäßig nicht leicht, aber trotzdem, ich bereue nichts. Und jetzt bin ich seit vorigen Freitag stolze Omi. Zu Recht darf ich mich Backkomma nehmen, weil ich jetzt habe ich Enkelkinder auch. Und jetzt im Dreisatz über die Liebe im 21. Jahrhundert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017